Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und heute gibt es für euch etwas Besonderes. Ja genau, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, male ich. Und zwar hat mich vor einige Weile der liebe Lars gefragt, ob ich nicht für ihn ein neues Kanal-Banner designen möchte. Den Lars denke ich mal kennen alle, wenn nicht, habe ich euch den Link zu seinem Kanal in die Videobeschreibung gepackt. Genau, ich habe natürlich gesagt, na klar, mache ich gerne. Ist vielleicht nicht unbedingt 100% meine Comfortzone, aber ich denke, ich habe wirklich etwas Gutes draus gemacht. Schaut es euch an. Ich habe versucht, das Video möglichst kurz und knackig zu schneiden, also bleibt dabei und lasst mich am Ende wissen, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. 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 So, das ist das fertige Banner. Wenn es euch gefällt, dann lasst es mich wissen, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefällt, dann gebt mir vielleicht eine konstruktive Kritik in den Kommentaren, dann kann ich auch noch was lernen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Für Zeich.